...machen? HHHH LOLL!!! WTF?! LOL! Pirmin wie so spielt hier am iPad rum! LOL!!! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play... Minecraft so geil da mit dem Pirmin-Bunny da! Was denn? Alter, ich... ich... ich war gar voll geil! WUAH! Oh ja! Warte, ich wollte gerade irgendwas machen. Was wollte ich eigentlich machen? Keine Ahnung. Ich werde irgendwas mit Stöcken machen. Ah, ja. Ich weiß was. Ich weiß was, was du nicht machst. Zäune sind übel unproduktiv. Dafür brauchst du voll viel Holz für. Mhm. Und dann bekommst du nur zwei Zäune raus. Was? Was? Alter, nee. Alter, ich kann doch echt... Hä? Du musst die untere Reihe voll machen mit den Zäunen. Warte. Ja, ja, ich weiß. Hier, da habe ich noch einen Stick. Ach so, du willst gar keine Zäune machen? Doch, aber ich wollte einen Zaun vor machen, aber jetzt habe ich kein Holz. Ja. Ich gehe doch echt. Und geh dich vergraben, bitte. Halt's mal. Unwitzel. Tusch für die Menschen. Tusch für... Tusch für dich. Für mich. Für dich. Für uns alle. Tusch für meine Familie. Scheiß auf meine Familie. Oh, wo die Sende zieht. Mami. Es gab Kuchen. Haschisch Kekse. Okay, wir wollen jetzt keine so laut. Ja, ich habe nichts gesagt. Ich weiß nicht. Nein. Bolida hat irgendwie was für ein Haschisch Kekse bedeutet. Also, ja. Ich weiß jetzt nicht so was. Tsch. So ist doch perfekt. Das ist kein Problem. Perfekt. Das ist kein Problem. Perfekt. Oh, da ist unser Hühnerding. Gut. Ich muss mir grad mal nach... Na, ich muss nur zugehen, Tour. Ich muss hier grad mal nach hinten schauen. Was wir jetzt da weitermachen. LOOOOL! What the fuck? LOL! Ich hab gedacht, die Leute wollen ein bisschen Musik für den Hintergrund. Da hat sich der Intro natürlich wunderbar eingeboten. Ja, vielleicht machen wir das jetzt ein bisschen lasse. LOL! Lass mich das weg! Stimmt, ich schnall dir da sowieso Musik drunter. LOL! Du kannst auf einmal so Musik! Aber muss kreativ sein, meine Freunde. Oh ja. Ist da etwa jemand übers Feld gelaufen? Nein! Ich? Nein! Ich höre dann sonst schon wieder. Aber egal! Das weiß bestimmt du selber. Ich hab gar keine Chance. Warum nicht? Nein! Ich hab keine Chance! Tut mir leid, Leute! Das ist ein Bob. Was? Ein Bob bist du! Was? Ein Bob! Ein Bob! Bob ist der Volida! Bob ist der Volida! Aber den Baum könnte man da eigentlich stehen lassen. Eigentlich. Wenn man die Scheiße hier hängt, muss man irgendwo noch verschönern. Das sieht irgendwie die Kacke aus. Also so kann man ihn stehen lassen. Und dann macht man einfach hier weiter. Oh! 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 So! Oh! Fatsenkind. Äh, das muss ich rauspiepen. Alter, ich piep's nicht raus. Also, wir könnten den Frieden schließen. Ich bin nicht so dafür. Alter! Fick dich! Es war so knapp! Lass meine Sachen liegen, ja? Lass meine Sachen liegen. Wieso bin ich jetzt wieder im Bett? Hahahaha! Wer kommt denn da? Höh! Jetzt lass mir das mal mitbekommen. Also verlieren wir noch unnötig Level. Ich hatte 20 oder so. Ich hatte auch 20. Erstmal 40 Level in Luft gepustet. So gehört sich das. Hast du zufällig meinen Helm weggenommen und auch meine Schuhe? Nein. Loll. Wo sind denn die dann? ASL! Ah, da hinten war ein Helm. Wo ist denn meine Spitzhacke und so? Die hab ich nicht. Ah doch, ich hab eine Spitzhacke. Aha! Aha! Okay, da war zwei. Nein, hast du nicht. Mehr ums. Ne, die eine ist kaputt geworden. Stimmt. Der ist für nur noch meine Schuhe. Ah, der hat noch meine Schuhe und Zaun. Und hier ist meine Axt, meine Schaufel. Boah, die Schaufel hatte ich nicht mehr. Ja, warte, ich tue mal den Inventar . Und wo ist der...? soo und dann hab ich die Spitzacke auf 2 und Eisnachs auf 3 Der Röpscher hat nach Sahne geschmeckt und das hat sehr gemundet Deine Mama mundet vielleicht? Mami, kannst du mal bitte munden? Ich hör mich selber in deinen Sounds Cool Ich hör dich gerade in meinen Sounds Ja, ich hör mich über deine Kopfhörer Hihihi, lol 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 Alter, heißen Maul, Tobi Ist so ein wichtiges Idioten, lol Ja, so wie immer Das kann ich von dir anders erwarten Guck mal da, Blume Oh Auf dem Zweifelschirm ist eine Blume Blumen sind schön Okay, wir haben noch, wir haben eine Schwinde, wenn ich dabei bin Ich muss mir gleich Ich muss mir gleich So Na Nein Nein Ihr kommt nicht in mein Haus Kinder Was hast du eigentlich für Spackungen? Äh, die alte Hex 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 Alter, ne Wuuuuh Ich muss dir nachher mal was sagen Ja, schieß los Nachher Ich hab keine Geheimnisse vor der Community Sie sind ein offenes Buch für mich, oder ich bin ein offenes Buch für Sie Ja, wo ist das Buch? Komm schon Ja, das Buch Wo ist das Buch? Wo ist das Buch? Wo machst du eigentlich nicht, nicht mit meiner Schäre oder ne Scheine bei der Schaufel Scharrel Like Bolide Like ebors Undanciati G sized Das intro habe ich auch zurfällig gefunden Ich muss mal erwähne, es ist ich von Karl Steebitz Skills Ich glaube, ichVIS, immer in die Beschreibung reinzuschreiben, es sollte wir vielleicht mal packen añpañp reinpacken, aber... Eine gute Idee. Äh, Zombie! Hey, das heißt, die Difficult ist Dings an. Ja. Töte das! Okay, es ist tot. Es war ein Timo. Nein, nein. Ein Timotheos-Zombie. Ich würde es dir jetzt sagen, aber dann bin ich daran vergessen, das rauszubieten. Dann sag's mir nachher. Ich will, dass die Folge war, weil ich muss es loswerden. Okay, nicht vergessen! Ich wollte dir was sagen. Letztes Mal hab ich auch vergessen, was ich dir sagen wollte. Oh, ja. Aber das vergesse ich jetzt nicht. Ähm, wo es mir eingefallen ist, was ich dir sagen will... Ähm... Ach, ist dir wieder eingefallen? Die alte Hexe, ne? Ja. Stichwort. Okay. Stichwort, alte Hexe. Die alte Hexe sagt das. Hast du eine Schaufel für mich? Und dann zum Thema... Nein, hab ich nicht. Mein ist auch kaputt. Zum Thema die alte Hexe ist mir da was eingefallen. Vielleicht kannst du dir schon selber denken, ich weiß nicht. Echsenkraut? Auch! Aber ich meine ich jetzt nicht. Ähnlich, ähnlich. Du müsstest... Oh, ich hab noch ne Axt von dir, glaub ich. Du müsstest es... Aber nur, da gibt's kein Problem. Deswegen, ich das jetzt nicht sagen kann. Glaubst du, sie schaut uns zu? Die alte Hexe? Ja. Hm, keine Ahnung. Das fände ich echt creepy. Oh, hier haben wir wieder Wasser dupliziert. Oder hab ich nicht? Hä? Ich hör nur in deinem Kopf hören, wie Gras abgebaut wird. Wie was abgebaut wird? Gras? Gras wollen, ja. Ich bin von Beruf her Grasernte... Hanfbauer? Ich bin Hanfbauer. Ich bin Hanfbauer. Nicht Hanfbauer, sondern Hanfbauer. Ne? Weiß der? Nein, ich bin nicht Hanfbauer, ich bin Hanfbauer. Hanfsebauer. Hanfbauer. Der neue Hanfbauer. Hanfbauer. Hey, der hat seinen Besen ja glaub ich immer noch nicht gegessen, ne? Hast du nicht das Video gesehen? Echt hat er den gegessen? Hanfbauer fußt den Besen. Wir müssten ja auch sowas machen. Brigitte Salzman. Hey, 5.000 Likes ey da. Brigitte Salzman. Ey, Brigitte Salzman ist echt der... Nein, mach ich inzwischen nicht. Ist echt der absolute... Bossname. Der Killer, der ist ja noch besser als LP Gucker. Ja. Nichts gegen LP Gucker. Du bist unser Schatzi. No, no, no. Wobei das war eigentlich bei Brigitte aber egal. Ich frage mich warum man das bei Brigitte so gemacht haben. Wie kann das nicht? Keine Ahnung. Ich habe noch самоo gesagt und du hast gesagt... HÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖW! Baum. Baum steht in seinem Weh. Ich mach die Felder kaputt. Ich mach die Felder kaputt. Die ich gerade eben erst gemacht hab. Ich mach den Baum wieder richtig. Ich wollte ich irgendwann bis dahin. NeerrAON! 5 noch fünf Minuten 5 Minutes 5 Minutes to go da muss man hier ist die Lille Lappen alle die Zuschauer meint sie werden Lappen schreibt in die Kommentare nein ich glaube nicht dass er sich nicht schreibt in die Kommentare Lappen die Prozent um um Hexen Graut die Schrauben Hexen Graut in die Kommentare Lappen dein Feld kaputt gemacht du böser Junge hast du Holz für mich ich warne dich einschlapp und ich töte dich hab ich dich geschlagen? ja ich bin besser im PvP als du ich bin hoff ich doch zumindest hä? wie war das? Du bist besser? ja du hast früher angefangen zu schlagen und bei mir kommt alles auf Verzögerd an bis ich gemerkt hab dass du mich überhaupt schlägst weil ich schon tot ich weine Kobe wir müssen das gleichzeitig machen sonst bringt es nicht wieder fünf Level weg egal wo bist du also machst du ne Rüstung an du Bob! ja hab ich ne Rüstung an zieht die Rüstung aus nein zieht sie aus ich hab fast keine Leben mehr danke für die Rüstung jetzt machen wir ein richtiges Battle Fick dich ja ohne Schwert und Sonne ach so ja hier ist ein fast kaputtes ich bin schon wieder bei meinem Bett ich geh da oben raus und bin immer wieder bei meinem Bett also nimm so viel lass meine Sachen leg die sofort alle wieder hin du Bob! nein nimm dein Schwert und dann machen wir Schwuchtelbattle nur mit Schwert also 3, 2, 1, los geht's! Fick dich! ich hab nur eine helft der Herzen verloren ja keine Ahnung hast du einen besseren Schwer, einen besseren Schwer? ne ich hab schon geblockt ich hab schon gemacht ja so mach ich nie, das ist nur was für Anfänger hey jetzt leg mal die ganzen Sachen wieder hin hey der legt Eisengeil leg mal die ganzen Sachen wieder hin, Tobi hey komm bitte hey der legt Eisengeil hey der legt kein Eisengeil mehr Tobi leg meine Sachen bitte wieder hin alle meine komplette Rüstung schau mich mal an ich soll dich anschauen nein ich töte dich Alter ich bin grad voll langsam achi nein nein Niiiun hihihihihihihihihi Hiiiihihihihi oh mein Du wurdest von mir zum fallen verdammt hey Tobi jetzt hören wir damit auf, okay? wir hören damit auf, Tobi Ich bin bei euch mit Tarka versus! Hey lol! Was für eine Träger ist! LOL! Träger hat's kaputt gemacht! Geh weg! Geh weg! Schere? Ich hab ne Schere! Ey, ich töte! Jetzt legt meine Schere! Ich leg dir meine Sachen! Ich hab ne Schere! Aua, hat's mir getan! Die hat ihm ne Schere! Jaaa! 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 Jetzt hat sich das Bild geändert! Echt jetzt? Keine Blume mehr! Oh mein Gott! Nein! Blume weg! Was?! Brauch ich nicht so rum, Tobi! Also zur Information, seine Mutter steht draußen vor dem Fenster! Also nicht so direkt vor dem Fenster! Was, Mama?! Ist geil! Ähm, ich schau die ganze Zeit auf die Uhr! Ich treff den Knopf nicht! 8.30! Ähm, ja! Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge! Viel Spaß euch noch! Bis dann! Ciao, ciao! Oh, ciao! AusatI AusatI Untertitelung des ZDF, 2020